Ah da bist du. Guck mal hinter dir, Gary. Hallo, ich grüße mal. Und der könnte uns jetzt wegballern oder was? Ey, könnte uns, wir könnten ihn aber auch wegballern. Wir könnten aber auch Tabulator, dann können wir ihn ein bisschen irgendwie, jetzt ist er weg. Okay, hat sich verpisst, so wie es aussieht. Ey, ich weiß es nicht, ich würde vielleicht keinem vertrauen, oder? Ja, aber jetzt auch nicht direkt losballern. Äh, okay. Also kommt drauf an, was für, also jetzt brauchen wir eigentlich noch nicht so rumballern, weil wir haben ja eh kein Equipment. Oh, ich bin gleich im Auto. Ui. Aber vielleicht haben die ja Equipment, weißt du? Ja, die könnten wir dann holen, aber dann werden wir als abtrünnige Gegner markiert. Und dann sehen die anderen Spieler so, EO, der ist markiert. Den können wir nicht vertrauen und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir, ja, abgeknallt werden. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Äh, guck mal auf die Karte, da müssen ein paar Sachen markiert sein, dann können wir da als nächstes hin. Ich sichere mal so ein bisschen die Lage. Also hier sind nur Freunde? Freunde? Hier ist das Abholbereich, Untergrundeingang, Straßensperre, bei mir ist ja, bei mir ist ja nix markiert. Wir müssen wahrscheinlich so random durchlaufen und dann wird irgendwann mal was angezeigt. Äh, okay. Vorne sind Gegner, hinter uns sind Gegner, ne, doch nicht, ich dachte schon, wegen der Karte. Das ist ein Gegner, Stufe 9. Nicht schießen, noch nicht schießen, ich scann mal kurz. Ach doch, den könnten wir abknallen. Ach, oh, stopp. Ach, Bedrohung. Hä? Unter uns. Ja, draufhütz, draufhütz, rein. Okay, draufhütz. Ich kann mal mehr. Gang 2. Juhu, so ging er schnell. Das ging schnell. Und die trocken jetzt alle mehr, ne? Genau. Nein, 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 nein. Das könnte auch ein anderer Spieler sein, ne? Weiß es jetzt gar nicht. Ne, doch nicht. Ne, ich glaube nicht. Boz. Ja, ich denke auch. Ich schau mal kurz hier auf die andere Seite. Auf jeden Fall ist da irgendwo einer. Hier, hinter dem Truck. Vorsicht. Gebt die Deckung. Da. Nice. Bis jetzt hat er das gedroppt. Ich muss mal gucken, ob da was cooles ist. Das haben wir dann, ja, mitgenommen. So, alle in der DAX-Zone gefundenen Objekte sind kontaminiert. Diese Objekte werden in ihrem DAX-Zone-Inventar aufbewahrt. Sie können die DAX-Zone-Inventar Objekten nicht verlassen. Okay, und die müssen wir dann erst in diesen Bereich bringen, wo die Hubschrauber landen. Und das sind dann sozusagen, hier ist ein Abholbereich, hier ist ein Abholbereich und hier. Das ist aber cool gemacht. Ja. Fällt mir. Ist das hier das Empire-SCP-Pinning? Ey, da könnte ich mir vorstellen, dass übelst die Leute die Bergungsbereiche dann campen, um die Leute abzufangen, wenn die Reitend abgeben wollen. Könnte ich mir vorstellen. Hier ist was. Irgendwie ist hier was. Hier ist was markiert. Hier. Hier. Ach, da liegt was. Da müssen wir Rang 5 sein. Genau. Ja. Jagdweste, kontaminiert. Alles mitnehmen. Ein Scan ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. So, warte mal, was hat das Symbol hier zu bedeuten? Hier soll uns ein Symbol gelesen. Begleiterwegmark... Achso, ja, ist die Markierung gesetzt. Alles klar. Ach ja, stimmt, das kann ich ja nicht aus. Hier ist ein Wahrzeichen. Ja? Ja, wahrscheinlich ist das Empire State Building hier. Wahrzeichenblockade steht da hier. Nee, hier ist das Empire State Building. Das ist das Empire State Building. Wo ist das? Was ist das hier? Müsste es sein. Hier oben, ja. Ich weiß nicht. Rang trifft ein. Da könnten wir zum Beispiel hingehen, hinlaufen und spotten. Und vielleicht die Gegner so abknallen und ihr Loot dann mitnehmen. Okay. Hier ist auf jeden Fall erstmal Wahrzeichenblockade. Ich weiß jetzt nur nicht wo. Warte mal, sind hier Gegner? Scanner bitte. Patty? Jo. Nee. Nicht so aus. Okay, warte. Ich finde, nachts ist das noch unheimlicher hier, ey. Könnte man nicht denken, Zombie-Apokalypse. Okay, ich habe Erfahrung bekommen. Ist er ein Spieler gewesen? Ja, echt? Was? Wo? Weiß ich nicht. Wir müssen aufpassen, wir können also Ziel sein, weil wir jetzt Loot dabei haben. Du siehst ja hier diese Game-Säcke da, in unserem Rucksack. Ah, okay. Hier ist ein Spieler hier links. Wollen wir nicht hin? Hier, der Loot dabei. Ich weiß nicht, könnten wir? Ist es jetzt nur in der Zone oder dann so immer jetzt? Nee, das ist ne- Na, ist okay. Hast du glaube ich? Wir wollen auch mal ein bissl PvP zeigen hier. ja der Kanade wo ich auch nur leben sich gerade aufgedauert was wird 9 die so ich habe die Art und hatte das Wieser die Branche waren nicht so gut scheiße die kommen jetzt Prozent bei den Oral Verschleißen zu verfolgen und er hat uns sie haben sowieso kein gutes nur dabei wir wollen wir wollen es jetzt erst mal kennen wir mit sie waren Stufe zwölf durch Stufe zwölf Gegner angegriffen und die waren mehr die waren in der Zone stufe 2 man ist wieder schnell ich komme ich wollte fünf Minuten war stufe 3 ich bin so ich bin Schutzraum aber auch nicht so aktiviert System neu gebootet so jetzt sind wir keine abtrünnigen mehr wir könnten jetzt in die U-Bahn da ist glaube ich da sind schwerere Gegner und die droppen besseres ok cool und du fliegst bei mir rum ok egal ist noch Beta ich hatte schon so einige Bugs das ist ja noch wo nicht lang laufen konnte und so weiter auf ein kontaminiertes Gebiet hin so hier ist es ja schwerer Holzer perfekt das hat mir noch gefehlt ach scheiße kann ich ja gleich nehmen hey muss das ja erstmal rausfliegen voll vergessen man ich wollte das jetzt gerade ausrüsten aber ist ja kontaminiert willst du mal Scanner machen ja warte mal hier ist wieder was aber ich bin zu niedrig ich muss Rang 8 werden hier kannst du lupen ja terminierte schoner cool wusste gar nicht dass man dafür Level braucht für die verschiedenen Kisten ja offensichtlich hier ist noch eine Kiste und die sind immer noch zu bestimmten Zeiten offen diese Untergrundteile oder was nee die sind immer offen ich höre ich höre ich höre Feinde ich höre Feinde ok ja Scannern kann ich gerade nicht ich hab schon verbraucht ich höre auch oh was machen die da Fußball spielen ich weiß es nicht Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet hier sind wir raus nee willst du vielleicht erstmal die Bergung, willst du dein Zeug erstmal abgeben? ja ich würd jetzt schon... ja ok können wir auch machen und lass hoch und dann müssen wir einen Abholbereich finden wir müssen erstmal gucken dass wir Stufe 8 wären und dass ich Stufe 8 wäre oh da vorne ist er... oh oh shit alles Gegner? Alter das sind alles Spieler man Scheiße da sollten wir jetzt aufpassen man ja würdest du das jetzt echt abgeben dann zwei? nicht so gerne komm mal zu dir ach du Kacke siehste da sind sie jetzt, die kämpfen jetzt gegeneinander wir sollten erstmal abwarten ja vielleicht können wir ja abstauben das sind richtig viele ich weiß es nicht lass sie erstmal fighten wer überlebt wenn dann müssen wir jetzt drauf hier also wir werden aber sterben also wenn wir vorpissen uns und wir greifen jetzt an ich werde da jetzt nicht ich geh mit drauf ich geh noch mal kurz die hauen ab wir können jetzt noch einrufen das sind jetzt ja abtrünnige hier komm wir versuchen jetzt die abtrünnigen zu killen hinterher wir helfen jetzt den antrag ich höre schon mal einen hier ist Gott da wie lange dauert das? ach du Scheiße alle Zeit will gehen warte mal hier auf der Seite ist auch ein abtrünniger lass erstmal den machen ja ich sehs 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 granade der ist noch weiter weg hat der ist tot jetzt oder hab ich ihn gekillt? ich weiß es nicht ich hab ja ne granatigen geworfen wo ist denn der? für den looten naja es wird nicht angezeigt oder so hat der hier unten gegeben? hast du noch Loot dabei? ich hab gar nichts dabei ok also muss nur ich abgeben also ich hab nichts zu verlieren super so das ist ein Freund zumindest momentan hallo ich find das grad ziemlich geil muss ich sagen hier geh mal kurz ähm da ist einer jojo der ist gar nicht abtrünnig na wer weiß du willst unbedingt deinen Zweck abgeben ne? ja der will auch aber du hast gesagt im untergrund gibt es auch NPC Gegner ich muss jetzt erstmal irgendwie äh Stufe 8 erreichen damit ich auch looten kann weil wenn ich ja Stufe 8 bin dann kriegen wir immer beide Loot weißt du? nicht nur du ja pass auf mich auf nicht dass der mich abkneit ja ja ich pass auf deck mich mal so ein bisschen das sind zwei sogar hallo wie kann man reden? weiß ich nicht ja oder so hello hast du mich gehört? Kein Stress, kein Stress. Hast du es abgegeben? Ich würde vorschlagen, wir bleiben bei denen einfach. Kannst du mit denen reden? Ich weiß also nicht, wie reden geht. Äh, Speak, V, Hello? Nee. Wie redet man denn? Ich weiß es nicht. Ich hab's bei mir, ich hab's bei mir glaube ich auch rausgestellt, das Reden, weil sonst würden wir uns ne Gruppe immer doppelt hören. Ja gut, lass uns, äh, unseren Weg gehen jetzt hier. Zieht ab. Okay. So, auf jeden Fall, da hinten sind Abtrünnige, die sind markiert auf der Karte. Ja, wohl, abgeliefert, nice. So, ey, lass jetzt mal irgendwie wo Gegner sind hingehen, vielleicht auch im Untergrund, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Wenn du sagst, jetzt sind Gegner, weil ich muss jetzt erstmal Stufe 8 erreichen. Ach, du bist da schon oder? Okay. Ja. Hey, warte! Der läuft einfach weg. Ich konnte es nicht erwarten, in die kontaminierten Zone zu kommen. Oh man, ist das dunkel hier. Kontaminierten, kontaminierten Zone zu kommen. Okay, dann. Da gibt's das beste Loot. Ja, hier geht's schon wieder raus. Noch weiter runter. Oder? Oh, Gegner! Okay, warte, 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 lass mir auch weinen. Ich muss XP bekommen. Ne, schnell, schnell. Oh, nee. Oh, die hatten... Ah, nice, das bin gut, XP. Oh, nee, Vorsicht. Geh zurück, geh zurück. Au, tut der weh. Au! Oh, das war knapp, ihr weh. Oh, fuck, alter. Wow, die machen böse Schaden. Alter, richtig krassen Schaden. Ich bin fast tot gewesen. Nice. Da hinten ist ein Sniper, deswegen. Ey, hinter uns sind hinter uns auch welche. Hinten ist auch rot, irgendwie. Hinter uns. Oh nein. Das ist eine scharfe Granate oder eine Rockgranate? Ich mach hoch erstmal. Ja, Gas ist das, Gas. Okay, wenn hierbleiben. Hier oben. Ist überall rot jetzt. Ist überall rot. Ja. Okay, du deckst da, ich deck hier. Geh mal kurz wieder. Kann ich nochmal heilen? Geht das schon wieder? Ne, geht noch nicht. Doch, jetzt. Okay, lass wieder runter machen. Warte mal, da unten ist noch ein Gegner. Ich treffe gar nicht, Alter. Greenberg, ist das ein Spieler? Hm? Das sieht aus wie ein Spieler. Ne, das ist kein Spieler. Okay, alles klar. Das ist ein Level 9er. Der ist schon ein bisschen OP. Man sieht es auch, dass er wie tief hier aushält. Sein Schutzschild ist gleich down. Werf mal eine Granate. Ja, mach. Pass auf, jetzt haut ab. Nein, haut ab, Mann. Ja, ist er weg. Okay, nein, ich bin Stufe 4. Ja, du hast blaues getroppt, glaube ich. Na, irgendwas blaues. Ah, hier sind noch mehr, oder? Hier sind noch mehr. Wow, shit. Ja, deswegen noch nicht luden, Alter. Muss mich kurz heilen, ey. Ein Sniper-Schuss, fast tot. Hier ist krass, Mann. Ich decke hinten. Okay, nice. Hinten ist noch einer. Kann auch nochmal scannen. Bestimmt. Down. Hier ist es down. Nochmal was blaues gelootet. Äh, gedroppt. Okay, was hat der? Oh, ganz viele blauen Items. Oh, Mann, die mussten wir ja alle wieder wegbringen, Mann. Oh, scheiße, ey. Oh, wie muss das denn nicht so viel hat, Alter? Wieso finden wir hier so viel? Oh, eine Kiste, glaube ich. Nee, doch nicht. Das ist nichts mehr, okay. Ah, das sind noch nicht alle Gegner gewesen, glaube ich. Hier ist noch was. Ja, da kann ich ja nicht luden. Aber war jetzt auch nächstes Mal, ne? Irgendwie so was komisches. Hm. Mehr Gegner, bitte. Mehr Gegner, bitte. Alter, die ganzen Reisensäcke. Ja, ist krass, ne? Das ist übel. Das ist geil. Was ist hier denn? Kiste? Geht nicht. Scann nochmal. Da hinten ist noch was. Über uns sind Gegner. Lila Gegner. Hier. Wollen wir da hoch? Dann würde ich vorstellen, wir versuchen erstmal unser Zeug abzugeben, oder? Achso, dann musst du da einfach nur zum Abholungsbereich und dann musst du eine Taste drücken, oder was? F gedruckt halten. Alles klar. Oh, Bergmuth trifft eine, anderthalb Minuten. Ja, das ist noch was. Da könnten wir hin, wir könnten die abstauben, aber wir könnten da auch unser Lug abgeben. Nee, wir versuchen einfach, kein Stress mit denen anzufangen. Okay. Und so Zeug abzugeben. Okay. So, äh, Beachtung, hier sind hier abtrünnige, nee, das ist hier kontaminiert, war dieses Wort. Das ist kontaminiert, da hinten, da drüben, der Bereich. Okay, wo ist die Abholung, ne? Da vorne, oder wie? 80, 80, ähm, die Richtung hier. Wow. Oh, hinter uns. Da bin ich noch ein, da, da. Lass die mal holen. Jo. Ich brauch die XP. Da oben auf dem Auto ist einer. Oh, oh. Oh mein Gott, der geht auf mich drauf, ah! Selbst hier. Drang 10. Achtung, Achtung. Schirmmütze. Dü, 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 dü. Weiß um fünf. So, wer mit einem 20 Sekunden? Wir müssen reden. weiß ich nicht. So, mal karte gucken, vielleicht. Wir sind damit. Da. ? Wenn nicht mehr vier Zeit noch zehn Sekunden. Schaffen wir nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wird knapp. Ne, das wird nichts, man. Wir müssen da ja auch... Wie lange bleibt denn der Hubschrauber da? Der bleibt doch ne Weile. 10 Sekunden, 20 Sekunden, ich weiß nicht. Naja, dann können wir's ja probieren. Ach, der ist da oben, Alter? Wir kommen an die hoch, wir kommen an die hoch! Irgendwo hier an der Seite. Äh... Hier, folgt mir, folgt mir. Hier... Was muss ich denn dann drücken, um dem Hubschrauber das Zeug zu geben? Äh... F gedrückt halten. Ah, schneller! Ich will noch das Zeug aufgeben. Das wird nix, die holen uns, die holen uns. Meinst du? Ich denke, die holen uns, man. Die... die... nein, die wollen unser Loot, man. Ich geh da weg. Komm runter wieder. Ja, 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 die holen unser Loot, man, stell' weg. Aber die sind nicht abtrünnig, vielleicht... Ja, aber du wirst, dass wir Loot haben. Aber die haben ihr Zeug abgegeben, ne? 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 Die haben wir nicht zu verlieren und die dann... Lassen einen anderen Abholbereich gehen. Oh shit, man. Cut, gegen mir die Pumpe, ey. Oh Gott, was war das? Deckung begonnen durch Nemesis. Okay, schnell weg. Bloß weg hier, ey. Ich glaube, wir sind abtrünnig, oder? Ist das nicht das Symbol dafür? Wo du grad reingrennst, genau da. Hä? Scann mal. Okay, warte. Über uns, über uns. Scann mal. Kann grad nicht. Scheiße. Wir sind überall Gegner, Alter. Hinter mir. Hinter dir? Ja, aber der macht nix, der macht nix, der macht nix. Ey, lass' ihr weg, Alter, lass' ihr weg. Das ist zu creepy, ne? Ja, ja, nicht. Oh, also, weil sie, wenn das NPC sind, dann kann man die Wegknecht. Na, wenn das Spieler sind, dann... Nee, das ist ein Spiel. Dann weg. Oh Gott. Lass' das Zeug bergen. Warte mal. 50 Sekunden. Wo? Hier. Da machen wir jetzt wieder da? Also, da waren wir gerade. Die sind da noch. Ja, dann holen wir unsere eigene... Wir machen uns eine eigene eigene Zone. Eine Sekunde, wo ist noch Bergung? Äh, hier ist ein Abholbereich. Lass' hierhin machen. Okay? Okay. Let's go. So weit ist es jetzt auch nicht weg. Ah, du musst kurz vor dem Bereich auf jeden Fall scannen. Ja. Weil es ist sehr wahrscheinlich, dass da irgendwelche Leute kämpfen können. Warte mal, hier ist schon wieder so ein Toten... An die Totenkopf heißt, dass ich hier gestorben bin als letztes, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich. Okay. Wenn da noch ein Loot liegen sollte, könntest du es auch noch mitnehmen, aber... Ich hatte kein Loot. Okay. Auch wenn die das schon gedutet haben, kann ich das immer noch aufheben? Nee, nee, dann nicht mehr. Ja, gut, dann. Ja, gut, dann. Das ist dann in der Regel das gute weg, würde ich denken. Kann da hinten noch Kram? Lokale. Kann man aber nix machen. Kann man aber nix machen, oder? Wir müssen dann auf jeden Fall wieder in so einem U-Bahn-Tonnel. Checkpoint entdeckt. Richtig geile Sachen dabei. Ich will jetzt eigentlich nicht so gern verlieren. Ich hab gar nicht geschaut, ich weiß noch nicht, weil ich noch einige Blau-Items aufgehoben habe. Irgendwie zwei Waffen habe ich... Glaub, äh... Nee, warte mal, nach... Ditch-TV. Oh, komm. Äh, ich glaube Nila, und dann kommt... Ähm, Gold. Und den Typen sind uns beigetreten. Hä? Oh, shit. Okay. Ja, weiß nicht, wenn er bei uns ne Gruppe ist, dann greift er uns vielleicht nicht an. So. Okay, dann lass mich mal... mach mal scannen erst mal. Ja, warte. Ich mach hier. Scan-Bereich. Abwarten. Keine Bedrohung. Doch, eine Bedrohung. Hier ist irgendwer. Okay, dann... Ich hol' einen Hubschrauber. Oh, das ist ein Gegner da hinten. Das ist ein NPC. Den können wir holen. So, und jetzt F. F, genau. Oh, das war auffällig, ne? Das haben die mitbekommen. Eine Maschine ist immer nur auf ihre Position. Oh, ist er. Ah, mir gefällt meine Position nicht so gut. Sind wir noch mehr? Achter. Ne, das war nur der eine, also... Ne, da sind noch welche, da hinten sind noch welche. Oh fuck. Einige. So, ich hab' mich geheilt. Sollst du Anwehr? Ja, ne? Doch, doch, doch. Ah. Ich muss das durchstehen. Okay. Komm' noch mehr, glaub' ich. Nur aufpassen, ne. Da ist noch ein Spieler. Vorsicht. Ja, ich seh's. Oh, was schießt auf mich? Spieler, oh Gott. Spieler, 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 Spieler. Das ist NPC. Ne, hinter dir Spieler. Ja, ja, klar. Aber die haben nicht auf mich geschossen. Achso, ich dachte schon. Die wollen, glaub' ich, auch wegbringen. Ja, sieht so aus. Na, das wird's aber trotzdem. Da hinten ist noch was Blaues. Lass Krüle drüber wachsen. Was? What the fuck? What? Mein Dezett-Inventar ist voll, Alter. Scheiße. Hä? Wie redet man denn? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich hab's bei mir ausgestellt, weil sonst würden wir uns doppelt hören. Wer redet denn hier? Ich glaub' der, der bei uns ne Gruppe ist. Der Raccoon, oder? Oh, bitte lass' die uns jetzt. Alles cool. Niemand greift uns an, oder? Ich denke mal, die wollen freundlich sein. Aber der da oben aufm Auto, der gefällt mir nicht, Mann. Ja, nee, auch nicht. Ich glaub' der nicht. Was, komm' runter? Mann, du Scheiß-Heli! Lass' mal, jetzt, jetzt F drücken, oder was? Nee, jetzt. Kann ich ran. Was? Okay, alle Patty töten. So, jetzt kann ich lügen. Ich hab' mein Zeug aufgegeben. Wir haben das Paket! Ich hab' das nicht. Warte mal, das kann ich auch noch abgeben. Paket gesichert. Apollo abgeschlossen. Nee, der ist weg. Scheiße, Mann! Scheiße! Was denn? Ich hab' meine Sachen noch. Ich hab' meine Hand in den Spot geklaut, leider. Scheiße. Oh, die schießen auf dich! Oh, die führten! Oh, die Assis, die Assis, die Assis, die Assis! Oh, Mann, so ne dreckigen Penner. Wicks, Alter. Oh, Mann, ey, ganzen Sachen! SMG, Maschinenpistole. Ich wusste's, Alter. Es reg' mich ganz voll auf. Eiskalt, Alter. Aber ich komm' wenigstens Großteil meines Zeugs abgeben, ey. Oh, nein! Weil, hättest du dein Zeug abgegeben, wäre auch nichts passiert, denn hätt'n die dich nicht angekündigt. Hab' ich ja, aber der hat mir einen Spot geklaut, ey. Die haben sich gleich darum... Oh, Mann, ey. Voll ärgerlich, Alter. Scheiße! Wo ist denn das Zeug? Kann ich das jetzt beim Händler oder ist es jetzt bei mir im Lager drin? Okay. So, gut, Leute. Dann machen wir erstmal Schluss an dieser Stelle. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen machen, weil ich fände das mir der DAG-Zone eigentlich ganz witzig und würde da gerne eigentlich noch bisschen rumschauen. Mal gucken. Wer muss sehen. Auf jeden Fall krieg' ich immer mehr Bock auf die Vollversion, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Spiel wird der Hammer, ey. Ja, das ist halt... Mal gucken. Es ist halt noch ein kleiner Ausschnitt und so, aber mir macht's Spaß. So, in diesem Sinne, denkt an den Daumen, denkt an den Feedback, Leute. Und ja, mal gucken, ob wir noch ein bisschen aufnehmen oder nicht, werden wir sehen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.